Schokoladeunternehmen der Welt, wo man nachvollziehen kann, wo die Milch herkommt. Und die Milchschokolade der Welt ist natürlich so, wo ich euch vielleicht nicht erzählen, Milchpulver ist ja eines der meist subventionierten Produkte. Dann kommt das Innere über und das wird dann vermahlen zur Kakaumasse, das ist da oben. Dann kommt der Zucker dazu, dann wird es da oben. Eine grüne Schokolade im Programm. Die grüne ist gekürtet. Gehen wir zum Fenster? Ich glaube, wir haben den Extras Wien eingressen. Was? Wir haben fünf aufgestanden und sechs im Zug von halb neun in Graz. Ich verstehe. Was hat sie mit der Seilbahn auf sich? Das ist Trinkschokolade online. Was heißt das? Einfach online, da kriegt man da drüben die Milch, da kann man rüber gehen. Und dann holt man sich ein Schokoladessorten herunter. Was hat sie das selber mit? Das ist eine Methode, das ist eine Methode. Das ist eine Methode, das ist eine Methode, das ist eine Tabletten, das machen wir haben. Durch das Rohre, das schneide Luft. Und wenn die Flüte, dann baut sie sich. Peter, Prost, bist du jetzt ansprechbar, oder? Nein, überhaupt nicht. Okay, we시면 mal nichts ab. Bis zum nächsten Mal.